Heute mal wieder eine V-Works Mission Und der Justin, der ist so richtig mega Hardcore Speedcore abgefuckt sauer Und zwar haben wir die in Blankathon, das muss eine 23. Zone sein Ah hier, Kampf für den Sturm, also eine Atlas, 30 V-Works Ja, ich muss sagen das geht klar, das geht auf jeden Fall klar, 30 V-Works, warum nicht? Ja, dann zum nächsten Mal, ne?